Musik So ihr Lieben, heute kommen wir zu meiner absoluten Lieblingswaffe und zwar zu der Wintertech Zerfetzer Ich finde diese Knarre einfach nur geil und damit herzlich willkommen Schön, dass ihr wieder dabei seid Ja, einige fragen sich, warum spießen die denn eigentlich die öfters? Also im ganz einfachen Grund Die Energiezellen, die sind so schweineteuer Hier habt ihr mal einen kurzen Überblick, was Energiezellen kosten Die kosten 5 Schrauben, 1 Sprengpulver, 1 Batterie und 1 Speck Und ganz ehrlich, wenn ihr die ganze Zeit spielt dann geht das wirklich ordentlich an die Ressourcen Also das ist nicht gerade wenig, was die hier haben wollen Und wenn ihr mal vergleicht zu der anderen Munition, die man herstellen muss ist das Pillepalle im Gegensatz zu der Munition Energiezelle Also das ist schon, äh, ja, also heftig deftig gut Ja, es gibt noch weitere schnelle Neuigkeiten Und zwar die Eisbisse ist ähnlich im Shop zu erhalten Für 1680 Gold könnt ihr euch diese Waffe endlich kaufen Ja, ich finde das klasse, dass Fortnite endlich den Scammer einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil diese Waffe unnötigerweise für unnötige, viele Ressourcen gehandelt worden ist Ja, und jetzt könnt ihr euch einfach holen Einfach loslegen und zuschlagen Und was mich ganz besonders freut ist Brutal Act 3 Ist endlich da, geile Sache Wir können mit der Story richtig loslegen Natürlich sind wir erst noch in Act 2 Ganz normal Andere von euch haben sich wieder durchgezockt Ihr Kleinen sucht dies Aber das ist nicht so schlimm Wir machen heute weiter mit Act 2 und Ray auf Hausdach Ja, wir hören uns diese Story gleich nochmal an Weil, weil, jetzt kommt's Sie ist endlich auf Deutsch Ja, schön Ich freue mich, deswegen hören wir uns das Ganze nochmal an Das geht's Äh Okay, er ist weg Der Volt hat nur Zeit geschunden Und auf seine Chance gewartet, meinen Job zu übernehmen Ich wurde im wahrsten Sinne des Wortes Für die Heimatbasis geschaffen Und wenn ich nicht mehr da bin Bekomme ich Betrieb Bekomme ich Fehl Arbeite ich nicht mehr richtig Lass mich nicht so festhängen Okay Wir müssen Desiree ausspionieren Und das ist auch richtig so Denn sie führt nichts Gutes im Schilde Sie versucht das Festnetz zu nutzen Damit ich sie nicht belauschen kann Aber wenn wir alle Masten einreißen Ist sie gezwungen, mein Netz zu nehmen Dann höre ich Alles Ja, und ich hatte recht In der letzten Folge habe ich gesagt Ray war besoffen Im Englischen hat das ein bisschen rausgehört Aber jetzt war es auch mal eindeutig Sie ist betrunken Ich wüsste zwar nicht wie Äh, äh, äh Ne Drohne saufen kann Aber ist, ist auch egal Auf jeden Fall hat sie übelst den Herrn Auf Desiree Ja, da werden wir mal rausfinden Was Desiree so hinter Rays Rücken noch so treibt Auf jeden Fall, wenn wir jetzt in die Mission gehen Bevor wir das aber machen, ne Müssen wir natürlich noch Die richtigen Helden aus Den habe ich glücklicherweise Vorher schon gemacht Und zwar nehmen wir natürlich Unseren Schneeschleicher Jonesy Äh, Schneeschleicher Jonesy Und natürlich Natürlich für den Einheitenbonus Nehmen wir natürlich Die Unterstützung für die Schrotflinte Ne, weil Die Zerfetzer ist eine Schrotflinte Mit Plasmakugeln Oh, ich freue mich Los geht's Aber wir können Seit neuestem Äh, nicht im Steinwald In Brutal Äh, Quatsch In Twin Peaks 94er Mission machen Das ist doch Nicht schlecht, oder? Also ich finde das geil Aber wir müssen natürlich In eine Geisterzone Oder eine Thunder Route 99 Ich wäre für die Geisterstation Aus dem ganz einfachen Grund Weil da finden wir mehr Antennen Das weiß ich schon Ich habe schon ein Bild reingeguckt Aber die einzigste Mission Die wir haben Ist Rette die Überlebende Äh, aber reine Ringtropfe Gefällt mir sehr gut Deswegen Deswegen Machen wir die Let's go Halt, halt, halt Eins haben wir noch vergessen Und zwar müssen wir noch die Grüße ziehen Ja, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt Ich mische, hör, hört's Raschle, raschle, raschle Ja So, Nummer 1 Und Nummer 2 So Wen haben wir denn als erstes? Und zwar den Krustenkäse Krustenkäse Ganz, ganz liebe Grüße an dich Cooler Name Krustenkäse Und an den Dragonar Breaker 44 Ganz, ganz liebe Grüße an euch beide Vielen lieben Dank für die Unterstützung Vielen lieben Dank für den Support Wie ich es schon nächstes Mal wieder sage Was soll ich noch sagen? Also Dankeschön Dankeschön Und jetzt Starten wir nämlich sonst Und wir sind eigentlich auf öffentlich Ja, wir sind auf öffentlich Und es will die Kinder entscheiden Keiner los mit mir zu spielen Bye, no Ja, und da ist der erste Überlebende schon in Gefahr Wir sind ja schon da So, müssen wir Metall mitnehmen In der Zeit, wo die Gejagd wird Das war's schon Okay Äh, wo ist denn der? Ach, da hinten läuft er weg Okay Na ja Auf jeden Fall testen wir natürlich Die zur Ferse Ihr kennt das Ding wahrscheinlich schon Ich hab's ja letztes Jahr schon mal vorgestellt Teddie hinten drauf Ist ja geil Der reiht in den Löwen Komm, ich reiht mit Na gut Ich nehm den Teddie mit So Hat da jemand die Antenne aufgehört? Ah, die Stoja mal ganz kurz 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 Ah, und mit dem Wissen Dass mich jemand brauchen könnte Und ich nicht da bin Und ich nicht da bin, um zu helfen Und Ah, ich hab jetzt schon das Gefühl Dass ich langsam durchdrehe Hm, das ist doch böse Eine Sekunde, eine Sekunde Ich muss den Leuten auf dem Windernet sagen Was ich von der Neuigkeit halte Spoiler-Alarm Gar nichts Nein Reiß dich zusammen, Murray Desiree will mich aus dem Weg haben Und wir müssen herausfinden, warum Tschüss So, also ihr habt es gesehen Dieser Ten Ach doch Ne, doch nicht Ich dachte, ihr redet mit mir So, dieser Ten müssen wir zerlegen Und dann kriegen wir solche Teile hier raus Dadurch Ich habe Lauschgeräte angeschlossen an Was vermutlich mal Telefonmasten waren Ich hörte, dass Desiree Festnetzleitungen benutzt Damit der Sturm nicht mithören kann Aber wenn ich von Festnetz spreche Warum hängen die Kabel dann locker in der Luft? Ah, Schachmatt Spielsatz und Sieg Bitte such weiter Es gefällt mir nicht so drauf zu sein Ganz genau Überleben deine Gefahr Also sie hat einen leichten Verfolgungswahn, unsere liebe Ray Ja, soll vorkommen Im Moment hat sich schon eine ganze Menge hinter sich Was ist diese, die sich schon verorscht haben Die Überlebenden Ja, man darf die vergessen Sie ist bloß ein Roboter Was? Ja, da haben wir noch eine Antenne Da ist noch eine Antenne Aber es tropft halt sehr wenig Und wir brauchen 15 Stück Ob wir das in Endermission schaffen Ist wieder eine andere Frage Das drittwichtigste ist Treibstoff für das Gerät zur Rissstabilisierung zu finden Was, Kevin? Hörst du etwas? Jemand ist in der Leitung Ich kann jemanden atmen hören Das ist Ray Wieder Falsch 17 Mach, dass du aus der Leitung kommst Nein! Also schön Ich werde dich einfach abschalten Bis das hier vorbei ist Viel Glück dabei, mich zu finden, Ray Nicht einmal ich weiß, wo ich bin Also ihr seht schon Die geht richtig ab, die Knarre Dunkelnebelmonster macht doch richtig schade, ne? Aua Was ist das? Hier, Granade Lass euch schmecken Und du hoch Wir Nebelmonster sind hier Na gut, wir sind jetzt in der 88er Zone Oh, wir sind jetzt in der 88er Ich achte mir nicht drauf Hier geht es eigentlich mehr um die Belohnung, die wir mit der Mission raushicken Oh, Junge Jetzt ist aber auch mal Schluss Bin ich in den Nest geraten, oder wat? Und wie ihr seht, ihr könnt ihn schön aus der Hüfte schießen Ich brauch mir den Ding überhaupt hier ein bisschen Weil das Fadenkreuz ist so klein Au Arschloch Ja Weg geht doinst Aber bloß gut, dass wir uns heilen Bloß gut Also mit Antennenmasten sieht es mal wieder mau aus Aber da hinten haben wir ja eine Stadt Da können wir noch ein bisschen was kriegen Auf jeden Fall will ich erst mal zu dem Ding hier Damit beeindruckst du niemanden Freunde, wo wollt ihr hin? Ihr wollt doch noch mit dem Spiel, oder nicht? Ihr könnt doch hier einfach abhauen Ihr spielt Ins Gesicht Daneben Machen wir die irgendwie auf die Urschkrampe Hihihihi Suche den Standort des MedKids auf deiner Karte So Aktivieren Ähm Ich hätte vielleicht die Antenne mitnehmen sollen Ich vollfrosten Ja, ja Auch solche Fehler passieren mir auch noch Ja, ja Ja, manchmal vergesse ich einfach die Antenne Um mitzunehmen Naja Zack So Und jetzt so schnell die Überlebenden abholen Nicht vergessen Ja, aber weiter Das wäre schlecht Bei dir sieht das so einfach aus Oh, Lager Sehr gut Dann können wir wieder was reinholzen hier Oh, schnell nachladen Oh, schöne Heilpunkte Sehr gut Na bitte Granaten werfen Heilpunkte Granaten werfen Heilpunkte Was? Geht leider nicht Dipp, 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 dipp Nicht anfassen Ich bin doch so empfindlich Ihr wisst das doch Wissen sie vielleicht doch nicht Äh, äh Na Freunde Das Gesicht Okay Ich knall dich ab Okay Ich knall dich ab Ja Trocken Oh, schön Da geht's wieder Schattis So, dann haben wir hier noch ein paar Antennen Die nehmen wir jetzt wieder mit Mehr Menschen Weniger Leichen Was sind wir mehr? Was sieht's hier aus? Ja, Story Das war's schon Och man Statt, da kommt ein bisschen mehr weh Erzähl doch mal was aus dem Nähkästchen Oh, ich find die ist doch nicht so cool Aber manchmal Versteh ich selber nicht Warum die nur so kurze Sätze ablässt Weder nicht Och man Ich hab doch schon Meinungen gesorgt Äh, ernsthaft? Decks masten Nicht ein einziger Trop Die wollen mich doch verkackern, oder? Wir haben erst 4 von 15 4 von 15 Ja, Liebes Wollte wir wieder raus hinauslaufen Das wird dann mehrere Missionen machen Au Diese Scheißgaußlopper Ist übrigens die Freundin von Shadow Ich hab nichts gesagt Der weiß, wie ich's meine Hihihihi Oh, was? So viele Antennenmasten Und nur Ehen drop Also das ist schon ne Ne bautenlose Also ne bautenlose Frechheit Schau, mehr Antennenmasten Seh ich hier leider nicht Da hinten haben wir noch ein paar Hüllen rumliegen Die wir noch wegliegen Zack, weg mit dir Also den hab ich jetzt nicht gemeint, aber Hinten waren nur ganz viele auf dem Haufen Da hätt ich Bock drauf jetzt Freunde Da Ich vermute mal 2 Schüsse Dann ist der Haufen weg Und Ist ja viel braucht gezielt Absolut nicht Schön aus der Hüfte Schön raus Schön immer aus dem Block Aus dem Hinterarm Was? Aus dem Hinterarm? Das hätt ich schon wieder von ne Scheiße Verdammt nochmal Überleben da in Gefahr Ja, man muss natürlich nur treffen Das wird's nicht Palupp Durch Durch Na, wir könnten natürlich auch den anderen Jonesy entnehmen Den Wildnis Jonesy Dann laden wir deutlich schneller nach Das soll man manchmal die nächste Runde machen Dass ihr mal gleich habt zur Nachladezeit Also jetzt Hier, frest Aber wir sehen das, ne Macht eigentlich schön Schaden Die Knoche Hilfe, ich bin angegriffen Ich kann's auch was anderes sagen Und wenn du nicht wegläufst Ich brauche Hilfe Ich brauche Hilfe Ich kann dich mehr hören Juhu Öl schnitzel Äh, was Höhen schnitzel Ja, bei dir sieht das so einfach aus Oh, jetzt wird's wieder so düster Hier sehen wir doch nichts Der ist doch schon weg Mann bist du blöd Mann bist du blöd So ein blödes Ding Echt So groß wie der ist So dumm ist er auch Matt Matt, die schlafen schon wieder Da muss man uns ganz leise anschleichen Das uns ja auch nicht bemerken Also ich hätte streichelt diese Nummer Und gebt ihr ein Küsschen Wenn ich jetzt berühre Ah, ich hab' aufs Gewicht Also man kann sich auch anschleichen So wie man es sieht Guckt der her Wieder aus der Versenkung, hä? Na komm, na komm Weg, warst du vom Fenster Und du hier, du spinnst, boh Da kommen sie Das coole ist, wenn der zerfährtster Kannst du halt gegen jedes Element schießen Feuer, Wasser, Natur Alles kann weggedonnert werden So, du bleibst immer auf den Stellen stecken Alles klar Warte Bitteschön, Kopfschuss Bitteschön noch ein Schöne Explosion Geil Ja, gegen die dicken brauchst du ein paar Schüsse mehr Aber natürlich kriegen sie ja Deutlich mehr Schaden Wenn sie verlangsamt werden Weil die Waffe verlangsamt ja den Gegner Aber wir kommen leider nicht Durch die Schilder Das ist natürlich dumm Kopfschuss Zumindest sah das Stark wieder nach außen Oh, Gulen Gulen nehmen wir durch mit Ganz wichtig Gulen brauchen wir Oh, guck mal einer an Da haben wir mit dem Nebel noch Na den Masken gefunden Ich hoffe das Wasser Ja, glücklicherweise Auf geht's Das mach einer Shane Was hast du gehört? Ich hörte wie du sagtest Auf geht's Das war nicht mit dich bestimmt Das war nicht mit dich bestimmt Das sollte der Kommandant hören Aber der Kommandant kann das nicht hören Weil der Kommandant in der Heimatbasis ist Ist überhaupt nicht wahr Das war knapp aber Es lief glatt also ist alles gut Für die das ist immer noch nicht gewesen Ich bin der Kommandant ne Ich bewundere deinen Enthusiasmus Ich bin ja auf Feinselischer Mission Feinselischer 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 Mission unterwegs Was? Wie? Oh, ist egal So, aber ist trotzdem ein bisschen mau ne Bloß 5 von 15 Gut Ist ein bisschen wirklich mau Na gut, dann machen wir dann halt noch eine Mission Ist ja kein Ding Ja, irgendwie finde ich nicht mehr Überlebende Und leider auch keine Antennen mehr Deswegen wollen wir noch ein paar Hüllen über den Haufen schießen Wie die da Tschüssi 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 Also ihr seht Man kommt sehr sehr gut durch Mit der Knache Wir gehen die nächste Runde mal Ich hoffe wir finden eine schöne 94er Mission Weil da finden wir noch endlich noch Brightcore Und Sonnenstrahlkristalle Und Ja Andere Erze Die wir benötigen Für unsere 130er Waffen Die wir dann endlich bald leveln können Ja Wie ich ja gerade schon gesagt habe Bleibt dran Weil das ist die ganz neue Sache Für die Leute die schon maximal Level sind Ab sofort bekommen wir trotzdem weiterhin Belohnung Wenn ihr diesen Balken voll macht Hier hinten kriegt man dann neue Belohnung Und ich zeig euch gleich Bevor wir in die nächste Mission gehen Was ihr noch dazu bekommt So Beute Level 3 Die holen wir uns mal schnell Es ist zwar nicht viel gewesen was wir gemacht haben Aber wir haben ein paar Storys gehört Und wir haben ein paar Überlebende gerettet Das darf man nicht vergessen Wir haben nicht sinnloser Weise auf der Karte rumgedümpelt Äh rumgedümpelt ist egal So schnell mal die Belohnung abgekrabbelt Und jetzt Oh hier seh ich das Joghurt Jofa ist dabei Hallo Joghurt Jofa Liebe Grüße an dich Und zwar bei dem Boost seht ihr das jetzt Ja wir haben maximal Level erreicht Aber trotzdem wenn wir diesen Balken voll machen Dann bekommen wir immer wieder eine Belohnung Und das finde ich richtig super Ähnlich mehr für die Leute Die schon längere Zeit spielen Schon ihr maximal Level erreicht haben Dass die endlich wieder Belohnung bekommen Na hier regt man 10.000 Helden EP Hier kriegt man die legendären Vorteils fix Hier 40.000 Helden EP Hier 400 äh äh Vorteils fix Und hier bekommen wir 50 reine Regentropfe Ich freue mich so Weil das lohnt sich dann auch mal wieder Diesen Balken voll zu kriegen Weißt du also Ja also dafür gebe ich jetzt erstmal hier Schönen Boost an den Joghurt Und an mich So Und dann kriegt man das Ding bestimmt In der nächsten Runde voll Und ich wie ja schon gesagt habe Gehen wir jetzt in die 94 Mission Oder habe ich das noch nicht gesagt Ist egal Wir machen jetzt eine 94er Mission Wenn Es eine Geisterstadt ist Uh Liefere die Bombe ab Pfff Aber warum nicht ne 36 Nehmen wir so Dafür müssen wir aber schnell den Helden ändern Ich habe ja gesagt es gibt noch einen anderen Helden Der übel schnell nachlädt Und zwar ist das der Wilden Spezialist Jonasy Jaja Der hat ne übelste Nachladegeschwindigkeit Und deswegen spielen wir den jetzt So dass wir einen Vergleich zu Schneeläufer Jonasy Und Wilden Spezialist Jonasy Let's go Und nochmal ganz ganz liebe Grüße an Joghurt Hihi So und jetzt haben wir es mit 94er Hüllen zu tun Mal sehen wie wir mit der Knache da durchkommen Mit der Zerfetzer Ich habe sie noch nie so in hohem Levelbereich gespielt Deswegen Schauen wir mal Aber gut das sind jetzt alles noch normale Hüllen Wir müssen ja mal schauen wie sie gegen Nebelwasser abschneiden Aber ihr seht Die haut ganz schön rein Und ich habe gerade die Nachladegeschwindigkeit gesehen Von Wildes Spezialist Jonasy Alter das ist Wunderwoll Absolut Wunderwoll So und wir müssen jetzt ne Bombe Suchen Äh wieder aufbauen Äh quatsch wir müssen wieder in den Riss zu stürmen Ist egal ihr wisst was ich meine Auf jeden Fall will ich natürlich ein paar Antennen noch finden Wie Äh Wo sind sie denn? Oh nie keine Antennen Oh da vorne ist ne Antenne Da ist eine Platzieren wir zuerst einmal das Waffenlager Ja ja machen wir gleich Zack Und da haben wir wieder eine Story Das Teil ist schon hinüber Die ist schon wieder besoff Mach denn die Zu viel Glühwein getrunken Das Waffenlager ist jetzt in Betrieb Füge zum Herstellen deiner ersten Bombe Blue Glow hinzu Machen wir gleich Machen wir gleich Machen wir gleich Machen wir gleich Wir müssen erstmal ein Tennen suchen Unmöglich Boah Geht eigentlich ne 94 Höhen Aaaaah Drei Schüsse Ja Jetzt aber Also ich finde die Zerfetzer immer noch geil Obwohl es die schon über ein Jahr gibt Ist die absolut Der Hammer Das darf man nicht vergessen Oh da haben wir gleich mal Lagerhammer Können wir das gleich mal richtig testen So Let's go Hey Fang Panik Ich muss mal ne Wand hinsetzen Für Sicherheit Hops Granade Und Noch ne Granade Hier Freak Das Sprengradio ist schon krass Aber man darf nicht vergessen Diese Waffe haben sie mal gemürbt Ne Die haben sie schwächer gemacht Aufgrund Weißes OP war Aber dieses Mal Und dann hatten sie damals die Äh Kurz Oh Story Witzig 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 Dich schon bald nicht mehr stören Warum soll ich denn sie runterfahren Was in der Macke Wer ist meine Freundin Wo sind wir stehen geblieben Achja wir sind da stehen geblieben Dass sie sie gemürbt haben Und sie mussten damals auch die Energiezellen anpassen bei der Produktion Weil es zu wenig waren Also es wurde zu wenig ähm Ja sag mal für die Herstellung der Materialien gab es einfach zu wenig Munition raus Deswegen musste sie sie damals auch anpassen Hallo Joghurt Hallo 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 Was ich bin die meiste Kanadierin Ramirez Ja Der Jova der ist schon ganz schön lange auf meinem Discord dabei Ne Ihr könnt natürlich auch gerne mal vorbeikommen Zur Zeit ist es so dass weniger meine Leute Fortnite spielen Und sich in anderen Spielen ausprobieren Ja das finde ich ganz gut Dafür ist der Discord ja auch gedacht Ne Ihr könnt jederzeit auf Discord kommen Und auch andere Spiele spielen Wie z.B. Ark Oder Seven Days to Die Oder wie z.B. Kreative Heroes Was gerade andere Leute spielen Also wie gesagt ist es nicht bloß für Fortnite da Sondern auch für andere Games Dafür haben wir extra so viele Channels eingerichtet Also wenn ihr noch Bock habt Vorbeikommen und mitzocken Ganz einfach So was ist hiermit Äh auch ein schönes Dreck hier Hände doch Nö Irgendwas ist mit Irgendwas ist mit Mano SF Mart Das war meint Ne Was hast du wieder übergebracht Bitte geflügelte Scheiße Er muss wahrscheinlich die gleiche Mission wie ich machen Halleluja Ich hab 8 von 15 Ich frag mich wie viel VR hat Das kann ja auch immer schreiben in den Kommentaren Wenn du das Video siehst Wenn du das Video siehst Wenn du es nicht siehst Naja dann bin ich Plopp Das ist schon krass wie schnell der nachlädt Mensch So Anhäng ich hier Aber wir kommen ganz zurecht Na ganz gut zurecht sag ich mal Gegen die Hüllen Auch wenn sie 94 sind Bei 100er Hüllen wärs natürlich interessant zu wissen Ob ich dann noch mit einer 106er Waffe durchkommt Aber ich denke mal schon Weil wir haben sie eigentlich sehr sehr gut gepirkt Ja Hier ist nicht Hier ist Ö nicht Oh verdammte Scheiße Ö Typ Es ist nicht dein Ernst Die lasse ich mal wieder was neues einfallen Jetzt haben wir einen kleinen Dino gesehen Jetzt haben wir einen großen Dino mit Ha 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 Im Kauperiod Ist das euer Ernst Ha 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 Ist schon cool gemacht Ja ja Aber den lassen wir am Leben Den tun wir jetzt nicht umliegen Manche liegen die gleich um Ich mach das nicht Nee Nee Auch Starthunde dürfen leben Was Das einziges was nicht leben darf sind Hüllen Die müssen Allesamt Wegeputzt werden Du weißt genau Ich will keine Geschenke Auch wenn es die Müllkanone ist Und ich die nicht habe Möchte ich sie trotzdem nicht Dankeschön Vielen lieben Dank dafür Wenn du das Video siehst Lass den Scheiß Lass den Blödsinn mir irgendwelche Geschenke hinzulegen Du wirst genau Ich mag das absolut nicht Weil ich hasse es Ich will mein Zeug selbst erwirtschaften Ich will mein Zeug selbst zusammenspielen Was bringt mir das wenn ich mir das Zeug nicht mehr erspielen muss Sondern ich mir alles einfach hier Vor die Füße gelegt bekomme Was ist denn das für Kunst Das ist gar keine Deswegen lasst es einfach bleiben Schenkt mir bitte nichts Also wenn ihr mir was schenken könnt Dann lasst mir ein Like da Lasst mir einen Kommentator Und da bin ich vollkommen zufrieden Was ist hier wieder von der Wandertour abgebildet Ihr habt von der Meise Verpisst euch mal Ich will euch hier nicht haben Hier stinkt Na Ich will euch hier nicht haben 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 Hat er da eine Ahnung Aber diesmal ist das Ding ganz schön nah am Riss Das muss ich schon mal so sagen Also so nah war das Ding noch nie am Riss Also Ne Also so heftig habe ich es noch nicht dran gesehen Es ist ja wirklich Katzensprung Also da muss man echt aufpassen wenn man kämpft Weil die zieht uns natürlich übelst Energie ab Verbindung hergestellt So jetzt noch 3 Minuten 30 Hüllen aufs Maul halten Das ist doch schön Das macht am meisten Spaß Ah Bei dem klappt das nicht ganz so gut Aber das ist nicht so schlimm Na Freunde Alles klar bei euch Lasst euch mal was da Das nennt man so ein Geschenk Oh ne Ist doch noch ein Überlebender Oh dieser Stress wieder Seht ihr diesen Stress Nun nun wohl Haben wir das Vitron ausgepackt Ja Wahrscheinlich haben die anderen schon eine Stromdruhe Verteidige die Festung Aber die Belohnung in der 94 Runde ist echt heftig Ne Aber wie es aussieht schaffen wir doch keine Probleme Au Die Ohrstöp Ja lauf doch erstmal weg ne Runde Am besten lauf vor mir weg Genau Weil ich dir so viel tun kann Du Klappholz Was? In Munition absterben Hilfe ich werde angegriffen Ich fress mein Schab Ne 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 So eine alte Weintügel Ist ja schlimm Das glaubt mir keiner Nö Ehe du warst in der Heimat warst nicht irgendwas ganz du Dann ist aber was löst Das ist doch auch stimmt Aber ihr seht die geht schon ab dieser Fels Also die Wieser das ist eine absolut OP Waffe Und Natürlich könnt ihr die natürlich wieder aus irgendwelchen Lamas rausbekommen Im Winter Tech Event Also diesmal hier ist der Frost Knight Also nicht mehr Frost Knight Sondern Frost Knight Oder Winter Tech Event Sondern ja Ihr wisst gescheit Und Auch die könnt ihr jetzt aus diesen Tollschatz Lamas bekommen Wenn ihr diese Na mal dieses Ticket sammelt Aus dem Winter Event Damit könnt ihr dann auch diese Felser verklopfen Also holt's euch Die ist geil So was ich nur Oder wie sagt Michael immer Das war geil Oder E-Bim Ne E-Bim sagt der immer ne Ich war geil was anderes Ja Das einzige Teure bei diesen Waffen ist halt die Munition Ansonsten Sind die Waffen Absolut die Messe Und dass natürlich einigen die letzte Waffe nicht gefallen hat Ne Die Kernschocker Kann ich auch verstehen Manche Scharfschützengewehre sind einfach nichts für jemanden Bei mir ist zum Beispiel auch so Es gibt nur ein Scharfschützengewehre Was ich richtig geil finde Und das ist nun mal Die Verheerer Weil die einfach nicht nun mal Damage macht Und wo ich alles durchballern kann Einfach nur OP Ansonsten Strom finden finde ich nur fast keine geile Außer die hier Dieser Felser Die finde ich am besten Und bei den Pistolen gibt es nur wenige die ich cool finde Wie zum Beispiel Ne Den größerer Äh quatsch die Salver Die Salver war es Die Salver Genau die Salver war es nicht so geil Die haut auch ordentlich rein Ihr habt es gesehen Ihr habt wirklich gesehen Die haut wirklich gut rein Und auch die neue Pistole dieser Revolver Der war irgendwie dumm Es gibt schon ein paar Favoriten Das darf man nicht vergessen So Wir haben nur 8 Sekunden Die ganze Zeit gequatscht Ey Meine Fresse Die ganze Zeit gebuddelt Und nichts ist passiert Oh das ist doch dumm Können wir das Ding jetzt mal beobachten Wie das Ding schließt Ich hab das Ding noch nie schießen gesehen Scheißbrauch Ich bin toll Das war's Das steht da drin und lässt sich erstmal Aua Aua Und man stirbt übrigens wenn man zu lange da drin steht Ich kann mich nie bewegen Oder doch Komisch Sehr sehr komisch Und wieder mal kein Ton Und ja Ist noch das Problematische Übrigens Wie kriegt das hin Dass euer Bild wieder angezeigt wird Ihr müsst bei jedem Neustart Müsst ihr euer Wappen wieder auswählen Also ein anderes Wappen einstellen Dann wieder euer eigenes Wappen Also ein derzeitiges Wappen einstellen Und dann kann man das wieder angezeigt bekommen Ansonsten Naja Wieder so ein blöder Bug So Wir kriegen jetzt Zeug oder Ja Ist schon das nächste abgebildet Was wir kommen können Zack Coole Sache eh Dann kriegen wir wieder schöne Sachen Boah ich freu mich so So Beute Level 4 Und leider sind wir mit der Story immer noch nie durch Zumindest nicht für diese Mission Aber das ist diese Bild Machen wir bei der nächsten Folge weiter Ganz einfach Naturgewalten haben wir wieder bekommen Sehr geile Sache Sehr geile Sache Ich hau manchmal Dinger raus Da frag ich mich echt Wie bescheuert bin ich eigentlich Aber das ist so eine andere Sache Aber hier Reine Regen drauf Ohne Tickets Ohne Ende Tickets Also wir haben noch ein paar Also wir müssen bestimmt noch so 2, 3, 4 Missionen machen Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge Auf jeden Fall Vielen lieben Dank an die zwei Herren die da gerade dabei sind gewesen sind Der Mars Und der Joghurt Bestimmt heißt der Lars Der kommt vom Mars Nicht Spaß Entschuldigung Mein Fehler So und natürlich könnt ihr auch jetzt hier neue Lamas abgreifen Im Moment könnt ihr mit 1000 Tickets in Trollschatz Lamas abgreifen Das mache ich jetzt nicht Das machen wir Anfang nächster Folge Und dann würde ich sagen Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Bis zum nächsten Mal Euer Mike der Führte Halt rein Ciao Ciao Outro Bis zum nächsten Mal.